Hallo Jack, lange nicht gesehen. Wie geht es dir denn? Hallo Annik, mir geht es gut, danke. Es ist wirklich toll, dich wiederzusehen. Wie geht es dir und was machst du? Ach, ich bin zufrieden. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? 15 Jahre? Stell dir vor, ich arbeite immer noch in der gleichen Firma wie damals. Und du? Lebst du hier in Berlin? Du hast recht. Es ist mindestens 15 Jahre her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich bin gerade zu Besuch in Berlin. Ich mache hier eine Weiterbildung. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dass ich ja für BASF arbeite. Die Firma hat mich nach Amerika versetzt, also bin ich umgezogen. Ich lebe jetzt in einer kleinen Stadt in Tennessee. Wir müssen unbedingt essen gehen, während ich in Berlin bin. Hast du Zeit? Ich zahle. Da sage ich nicht nein. Ich erinnere mich noch, dass du damals schwer verliebt warst in eine blonde Studentin. Habt ihr noch Kontakt? Ja, wir waren drei Jahre zusammen. Sie fehlt mir immer noch sehr. Aber sie hat mich nicht geliebt. Sie wollte reisen und keine Kinder haben. Also ist sie Flugbegleiterin geworden. Stell dir vor. Ich glaube, sie ist es immer noch. Aber mir hat das schon das Herz gebrochen, als wir uns getrennt haben. Es hat mich einige Jahre gekostet, über den Liebeskummer wegzukommen. Jetzt ist das alles vorbei. Ist ja schon lange her. Und du? Ich habe mittlerweile drei Kinder. Zwei Mädchen und einen Jungen. Sie gehen alle schon in die Schule. Ich bin aber alleinerziehend. Ich habe mich vom Vater der Kinder getrennt. Aber wir sind noch befreundet und er kümmert sich um die Kleinen. Lebst du gerne in den USA? Gibt es etwas, das du vermisst oder das in Deutschland besser war? Ja, das Leben in Amerika ist gut. Meistens sind die Leute nett und das Wetter ist dort, wo ich wohne, milder als in Deutschland. Da, wo ich wohne, herrscht sehr gutes Wetter. Es gibt einen zu heißen Monat, einen zu kalten Monat, aber die anderen Monate haben alle angenehme Temperaturen. Das Gebirge ist wunderschön, aber Schnee gibt's im Winter nur selten. Da ist's in den Alpen schon zuverlässiger. Mein größtes Problem ist die Sprache. Der Dialekt in der Gegend ist echt sehr schwer zu verstehen. Man nennt das Hillbilly Southern English. Das Schlimmste ist aber keinerlei Nachtleben. Oder keine Kneipen, in denen man nach der Arbeit ein gutes Bier trinken kann. Klar, es gibt in Tennessee schon Bars. Aber die Atmosphäre ist nicht die gleiche wie hier in einer Kneipe. Na ja, aber mal eine persönliche Frage. Wie lange bist du denn schon getrennt? Wie sind deine Kinder mit der Trennung umgegangen? Erzählst du mir mehr über deine Kinder? Wir haben uns vor vielen Jahren getrennt, als die Kinder noch klein waren. Sie kennen es also nicht anders. Und da wir Freunde geblieben sind, ist es kein großes Problem. Aber es ist natürlich anstrengend. Und meine älteste Tochter ist schon vierzehn. Sie ist also ein Teenager. Ich habe leider keine Kinder, obwohl ich gerne welche hätte. Vielleicht eines Tages. Aber momentan habe ich ja nicht mal eine Partnerin. Oh, das tut mir leid. Aber ich merke schon, wir haben uns viel zu erzählen. Komm, lass uns gleich etwas essen gehen und in Ruhe weiterreden. Gerne. Super, dann komm mit. Da hinten ist mein Lieblingsinder. Ciao, Jack. È da tanto tempo che non ci vediamo. Ciao, Jack. Hallo, Jack. A lungo non veduti. Lange nicht gesehen. Dimmi dunque, come va? Come va esso a te, quindi? Wie geht es dir denn? Ciao, Annick. Tutto bene, grazie. Ciao, Annick. Hallo, Annick. A me va esso bene. Mir geht es gut. Grazie. Danke. È davvero magnifico rivederti. Esso è davvero magnifico. Es ist wirklich toll. A te di nuovo vedere. Dich wiederzusehen. Come sta e cosa fai nella vita? Come va esso a te? Wie geht es dir? E cosa fai tu? Und was machst du? Beh, io sono soddisfatta. Ach, ich bin zufrieden. Non ci vediamo da molto. Saranno passate almeno 15 anni? Come a lungo? Abbiamo noi a noi non visto? Wie lange haben wir uns nicht gesehen? 15 anni. 15 Jahre? Non ci crederai, ma lavoro sempre nella stessa azienda. Immagina. Stell dir vor. Io lavoro, sempre ancora. Ich arbeite immer noch. Nella stessa azienda di allora. In der gleichen Firma wie damals. E tu vivi qui a Berlino? E tu? Vivi tu qui in Berlino? Und tu? Lebst du hier in Berlin? Hai ragione. Sono passati almeno 15 anni. Tu hai ragione. Tu hast recht. Esso è almeno 15 anni fin qui. Es ist mindestens 15 Jahre her. Dall'ultima volta che ci siamo visti. Da quando, noi a noi, l'ultima volta, seit wir uns das letzte mal vedere abbiamo gesehen haben. Sono qui a Berlino in visita. Io sono solo Ich bin gerade a visita in Berlino. Zu besuch in Berlin. Sto frequentando qui un corso professionale. Io faccio qui Ich mache hier Un perfezionamento. Eine weiterbildung. Non so se ti ricordi che io lavoro per la BASF. Io so non. Ich weiß nicht. Se tu a te questo ricordi. Ob tu dich daran erinnerst? Che io si per BASF lavoro. Dass ich ja für BASF arbeite. L'azienda mi ha trasferito in America. L'azienda Die Firma ha a me verso America trasferito. Hat mich nach America versetzt. Così sono andato a vivere lì. Così sono io spostato. Also bin ich umgezogen. Ora vivo in una cittadina nel Tennessee. Io vivo ora Ich lebe jetzt in una piccola città in einer kleinen Stadt in Tennessee In Tennessee Noi dobbiamo assolutamente andare a mangiare assieme prima che io vada via da Berlino. Noi dobbiamo assolutamente mangiare andare. Wir müssen unbedingt essen gehen. Mentre io in Berlino sono während ich in Berlin bin. Che ne dici sei disponibile io ci conto. Hai tu tempo? Hast du Zeit? Io conto. Non voglio dirti di no perché dico io niente no. Da tu dunque pesantemente innamorato eri in una bionda studentessa. Ich erinnere mich noch dass du damas schwer verliebt warst in eine blonde studentin. Siete ancora in contatto? Avete voi più contatto? Habt ihr noch kontakt? Sì, siamo stati insieme per tre anni. Sì, noi eravamo tre anni insieme. Ja, wir waren drei Jahre zusammen. Mi manca moltissimo. Lei manca a me sempre più molto. Sie fehlt mir immer noch sehr. Ma lei non mi amava. Ma lei a me non amato. Aber sie hat mich nicht geliebt. Amava viaggiare e non voleva avere dei figli. Lei voleva viaggiare e senza figli avere. Sie wollte reisen und keine Kinder haben. Ed è diventata assistente di volo. Così è lei voloassistente diventata. Immagina tu. Also ist sie flugbegleiterin geworden. Stell dir vor. credo che lei sia rimasta sempre la stessa. Io credo lei e essa sempre ancora. Ich glaube sie ist immer noch. Questa sua decisione mi ha spezzato il cuore e così ci siamo separati. Ma a me a questo già il cuore rotto allorché noi a noi separati avere. Aber wir hat das schon das Herz gebrochen als wir uns getrennt haben. Mi ci son voluti alcuni anni per riprendermi. Esso a me alcuni anni costato oltre il mal d'amore via avvenire. Es hat mich einige Jahre gekostet über den Liebeskummer weg zu kommen. Jetzt ist das alles vorbei. Es stato molto tempo fa. E tu? Eh si già a lungo da. E tu? Ist ja schon lange her. Und tu? Nel frattempo he avuto tre figli, due ragazze e un ragazzo. Io ho nel frattempo tre bambini, due ragazze e un ragazzo. Ich habe mittlerweile drei Kinder, zwei Mädchen und einen Jungen. Vanno già tutti a scuola. Loro vanno tutti già alla scuola. Wie gehen alle schon in die Schule. Sono un genitore single. Mi sono separata dal padre dei miei figli. Io sono ma un genitore single. Io ho a me da padre dei ragazzi separata. Ich bin aber allein erzient. Ich habe mich vom vater der kinder getrennt. Ma noi siamo rimasti amici e lui si prende cura dei figli. Ma noi siamo ancora amici e lui prende cura lui stesso dei figli. Aber wir sind noch befreundet und er kümmert sich um die kleinen. Ti piace vivere negli Stati Uniti? Vivi tu volentieri negli USA? Lebst tu gerne in den USA? Ti senti privato di qualcosa che avevi in Germania o che in Germania era meglio? Da esso qualcosa che tu perso o che in Germania meglio era? Gibt es etwas das du vermisst oder das in Deutschland besser war? Si è bello vivere in America Si la vita in America è buona Ja das Leben in America ist gut La maggior parte delle persone sono carine e il clima è mite come in Germania Per lo più sono le persone carine e il tempo è là dove io vivo mite come in Germania Meist sind die leute nett und das wetter ist dort wo ich wohne milder als in Deutschland Là dove vivo c'è bel tempo solo in un mese fa molto caldo Là dove io vivo domina molto buon tempo esso dà una più caldo mese Da wo ich wohne herrscht sehr gutes wetter es gibt einen zu heißen monat un solo mese molto freddo ma gli altri mesi dell'anno hanno una piacevole temperatura una più freddo mese ma gli altri mesi hanno tutti piacevoli temperature Einen zu kalten monat aber die anderen monate haben alle angenehme temperaturen la montagna meravigliosa e raramente c'è neve la montagna è meravigliosa ma neve da essa in inverno solo raramente das gebirge ist wunderschön aber schnee gibt's im winter nur selten la nelle alpi il clima è affidabile la eso è in le alpi già che affidabile da ist in den alpen schon zuverlässiger il problema più grande che ho è la lingua mio più grosso problema è la lingua il dialetto nella zona è veramente molto difficile da capire dialetto in der gegend è veramente molto difficile di capire di il è chiamato hillbilly caratteristico del sud questo chiama il hillbilly del sud inglese man nennt das hillbilly southern english il peggio è che non c'è vita notturna il peggio è ma nessuna specie vita notturna das schlimmste ist aber keinerlei nachtleben o piccole birserie dove uno dopo il lavoro può bere una birra o piccole birserie dove dopo il lavoro una buona birra bere può oder keine kneipen in denen man nach der arbeit ein gutes bier trinken kann ovviamente in tennessee ci sono solo dei bar chiaro esso dà in tennessee solo bar e l'atmosfera non è come quella di una nostra birreria ma l'atmosfera è non la stessa come qui in una birseria ma l'atmosfera non è la stessa come in una kneipa beh permetti mi una domanda personale beh ma pure una personale domanda ma sì ma una questione personale Da quanto tempo sei separata? Da quanto tempo tu dunque già separata? Wie lange bist du denn schon getrennt? I tuoi figli come hanno preso il divorzio? Come sono tui figli con la separazione trattati? Wie sind deine Kinder mit der Trennung umgegangen? Mi puoi parlare dei tuoi figli? Racconti tu a me molto su tuoi figli? Erzählstu mir mehr über deine Kinder? Ci siamo separati molti anni fa quando i ragazzi erano piccoli. Noi abbiamo a noi da molti anni separati, quando i ragazzi più piccoli erano. Wir haben uns vor vielen jahren getrennt, als die Kinder noch klein waren. In pratica loro sono cresciuti con i genitori separati. Loro conoscono esso così, non in altro modo. E ora noi siamo rimasti buoni amici e non c'è nessun problema tra noi. E adesso noi amici rimasti siamo. E esso nessun grosso problema. Und da wir Freunde geblieben sind, ist es kein großes Problem. Obviamente è faticoso. Ma esso è naturalmente faticoso. La mia figlia più giovane è a sei anni e ha iniziato a frequentare la scuola da poco. Mia più giovane figlia è sei anni vecchia. Lei è stata appena iscritta a scuola. Mio figlio ha nove anni e lui come tutti i ragazzi ama i dinosauri e i pirati. Mio figlio è nove. Lui è un tipico ragazzo. Ama dinosauri e pirati. Mein sohn ist neun. Er ist ein typischer Junge. Liebt dinosaurier und piraten. La mia figlia maggiore ha quattordici anni ed è già un adolescente. E mia più vecchia figlia è già quattordici. Lei è anche una adolescente. Und meine älteste tochter ist schon 14. Sie ist also ein teenager. Incredibile, vero? Incredibile o no? Unglaublich, oder? Vivi da solo o hai una nuova compagna? Vivi tu solo o hai tu nuovamente una compagna? Lebst du allein oder hast du wieder eine Partnerin? Quindi, maintenant sono dei ragazzi. yeh te dirmi? Ehi, ti beides! 80 utображare